Als ich 17 Jahre alt war, habe ich mich gefragt, warum meine Songs nicht so klangen wie die meiner Vorbilder. Dynamisch, fett, laut, aber gleichzeitig auch Gänsehautmomente, bewegend und ein Lächeln im Gesicht. Ein Geheimnis konnte ich relativ schnell knacken, aber das erzähle ich euch gleich. Ich bin Chris Was, Songwriter, Produzent und Mixing- und Mastering-Engineer. Und ich möchte dich mit reinnehmen in das Thema Komposition. Von der kleinen, zerbrechlichen Idee über Produktion, Mixing, Mastering bis hin zum fertigen Song. Wir reden über Melodien, Text, Harmonien, Arrangement, Produktion, Sounds. Ich möchte einige meiner Geheimnisse mit dir teilen, deine Fragen beantworten, dich ermutigen. Ich möchte dafür sorgen, dass du inspiriert bleibst und inspiriert wirst. Und ich werde dir meine größten Fehler erzählen. Melde dich jetzt zu diesem Online-Workshop an. Ich freue mich darauf, dich kennenzulernen. Ich freue mich darauf, dich guidesant und Bilder zu有人 kommen. Bis zum nächsten Mal.